So, weiter geht's. Ich finde mein neues Headset nicht so toll, aber besser als viele andere, die ich von anderen Leuten kenne. Ich werde mal einen Save-State setzen zum Test. Aha! Ich werde ihn nicht gebrauchen, das ist nur, falls das Spiel mal abstürzt. Jetzt gehen wir erstmal hier rein und versuchen... Blablabla, 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 blablabla. Ja, wir versuchen blablabla, blablabla, weil blablabla, 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 blablabla ist. Und ja, ich bin gerade ein bisschen aufgedreht. Vor fünf Minuten war alles noch easy going. Und jetzt bin ich aufgedreht. Kimiko hat recht. Wow, wow! Mir kam gerade eine gute Idee. Leider kam mir die Idee erst mitten im Sprung. Woopey, Goldberg. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Wir müssen den gleich eigentlich runterschlucken. Ach ja, klar, ich weiß nicht, dass Exit uns zählt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das war jetzt gleich... Yoshi, nein! Ich hab mich verdrückt! Nein! Nein! Yoshi! Ach so, kann man das. Das hat mir nochmal eine. Eine Cape Feder, bitte? Nach diesem Level... Nach diesem Level... Eigentlich hab ich keine Ahnung, wo ich mit dem angefangen habe... werde ich erst mal das Schiff der Boohoo's machen, um die Bowserwelt frei zu spielen. Und dann quasi bis vor seiner Haustür spielen, tun, haben, konnt, werden, tun. Das war ein Tun zu viel, ist mir auch egal. Und er springt und er gleitet und er stoppt nicht. Und das war schon sehr schön. So, beim letzten Mal haben wir das Special Exit genommen. Diesmal nehmen wir es nicht. Dadurch läuft Mario einmal im Kreis und normale Spieler werden sich fragen. Hä? Kann doch gar nicht sein. Wo ist denn der normale Weg? Blubblubblub. So, die den Neon... Soll ich was Lustiges machen? So, 20 Stunden Spielzeit später. Ich hasse das Schiff. Es ist richtig kacke. Verdammt, da fehlt ein Ton. Ist auch egal. Gut, ich kann mich trotzdem drehen. Ich glaube, da hinten war was, wenn ich da runtergeschwommen wäre. Aber schade drauf. Ah! Okay, Snakes passiert. Ich habe gerade Scheide drauf gesagt. Ich mache natürlich scheiß drauf. Wow, solche Frauen feindliche Begriffe wollen wir in diesem Westplay doch nicht benutzen. Meine Kameraden, schau, schau. Okay, ich sehe, Max, irgendwie wäre es okay, wenn es Donkey Kong im Hintergrund durchschwimmen würde. Wow. Wow. Halleluja, seid ihr behindert? Wow. Wo soll man das denn wissen? Wo soll man sich noch nicht getroffen wurde? Hau ab, verschwinde. Adapter, du, 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 du. Hm, hm. Ja. So viel zu der Frage, ob sie einen wirklich verletzen können oder ob sie nur so schau sind. Gibt es ja. Das sind Horrorstellen. Auch die Gegner sind eigentlich gar nicht da. Sie sollen doch nur Angst machen. Ich würde gerne so kriechen, aber das kann er leider nicht. Wow. Kriechen kann er, glaube ich, nur auf dem N64 und auf den neueren Spielen natürlich. In den neueren Spielen. Wow. Haha, es hat aufgehört. I'm so good for that planet. I'm too good for it. I'm swimming. Bläh, 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 bläh. Er hatte bloß diese Idee. Wow. Also ich würde auch immer auf die Idee kommen, hey, wir können doch Burus machen. In einem Schiff. Unter Wasser. Den geht es wohl nicht gut. Was? Was zum Geier ist denn hier jetzt kaputt? Schneller. Ich will leben. Ja. Da ist ein Pilz. Ich komme auch nicht wieder hoch. Ich werde dabei irgendwas tolles drin gewesen. Ah, noch ein Leben. Juhu. So, ich bin jetzt eh schon gelandet. Wow, wow. Wir haben es geschafft. Mario wird jetzt in einer tiefen, dunklen Grube verhungern und auch ein Buhu werden. Oh mein Gott, es ist ein fucking Bowser. So, wollen wir mal gucken. Well, er war so Stage 1. Oh Gott, ich habe schon jetzt schon keinen Bock auf die Sternenwelt. Schon gar nicht auf die Spe... Oh, sehr schön. Wow. Auf die Special Welt. Ah, ich glaube, das wird so eine Rowdy Welt. Ich bin jetzt eigentlich so zu schmettern. Nö. He's undefeated by me. Ah, no, 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 no. Bist du ein bisschen vorsichtiger? Fährt vielleicht ganz angebracht? Wow. Na, kommt mir da jetzt noch einer entgegen? Nein. Komme ich hier schon vor wie in einer Spiegelwelt, äh, Sternenwelt. Jetzt juckt meine Schulter, kratzen. Ah. Ja. Nein, unten ist besser. Meeon. Hm, ah. Hoppsa, hoppsa, hoppsa. Freileben. Zappel schön. Dreifach awesome. Hm. Hm, juhu. Äh, juhu. Oh, nee. Oh. Hat geklappt. Jetzt gibt es meine Augenbraue. Ah. Ich suche die anderen Augen. Ah. Daumen hoch, wenn ihr das kennt. I know that feeling, bro. Wow. Haha. Oh, oh. Haha. Oh, oh. I, I. Wow. Genau das war der Plan. Nicht andersrum. Touch, 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 touch. Wo ist der Ausgang? Wow, er ist kaputt gegangen. Wow. Da ist ein Exit. Roar. Verdammt, es war ja weniger als vorher. 75 Sterne habe ich jetzt auf dem Konto. Yeah. Immer wenn ich eine Silbe fehlt, sagt er einfach, yeah. Oh, mein Gott. Da gibt es ein Secret Exit. Wofür das bloß hin? Ich weiß gar nicht, wo das ist. Mein Ohr juckt. So. Komm, man sagt es, falls es abstürzt. Wenn ich sterbe, bin ich tot. Jetzt hält er, dass du das alleine rausgekriegt hast. Nein, aber ich meine, ich werde nicht wieder reinladen, wenn ich sterbe. Wenn ich sterbe, bin ich tot. Boah, 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 boah. Ich behalte den jetzt die ganze Zeit. Ich nehme den zwar mit, aber ich glaube, ich habe ihn jetzt nicht mehr. Kann das sein? Doch. Das ist interessant. Aber. Ah. Okay. Okay, hier brauche ich ihn nicht. Dann kann ich da rüberfliegen. Aber ich glaube, es gibt nur ein Special. Also kein, kein, das ist nicht der Secret Exit. Ein bisschen mehr nach links. Und GUMMI geben! Und ich gebe GUMMI wieder! Das wäre sehr zerquetschen, dort jetzt lang zu gehen. Oh mein Gott, der Mario, er dreht durch. Man stelle sich vor, Mario müsste jetzt kotzen. Er würde im Kreis kotzen, um sich herum. Männer know their feeling with their pee-pee. Ähm. 1 und 2, 1 und 2, 1 und 2, 1 und 2 1 und 2, 1 und 2 und, 1 und 2 und, stopp! Und 1 und 2, 1 und 2 und, 1 und 2 und, 1 und 2 und, stopp! Oh, wie gemeinhin. Da wäre ich zerquetscht worden. Ich glaube, hier passiert mir ja nichts. Doch, da wäre mir was passiert. Eindeutig, wenn mir da was passiert. Okay, das ist keine gute Idee. Das kann doch eigentlich... Wie mache ich denn das? Zerquetscht. Dann muss ich es so machen. Und ja, ich bin ein bisschen besessen von einem neuen Gag. Ich kenne es länger als 4chan, deswegen ist mir alles andere egal. Everybody dance now. Ja, das ist schon eine Domm-Up-Frage, oder? Und ja, Gott, diese Stelle ist scheiße langweilig. Na gut, eigentlich müsste sie scheiße spannend sein. Aber für mich ist sie scheiße langweilig, weil ich sowieso nicht sterbe. Everybody go no back! Wo wird das Herz denn? Nein, nein! Oh! Nicht, wenn ich mir die Haare hier zurecht frübel. Ja, das ist ja gut. Ja, das ist ja gut. Aber hey, wir sind ja schon das Mikro-Wart vorangekommen. Ich denke, ich würde gleich mal mit dem ersten Stern-Double anfangen. Nein! Geht weg! Ich habe euch nicht verdient! Nein! Aua! Nein! Aua! Nein! Aua! 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 Wau! Aua! 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 Geräusche. Gehen wir da lang. Sterne! Das sieht mich nicht. Ah, Mist. Okay, gehen wir wieder da rein. Hm, dieser Ort kommt mir ja bekannt vor. Nein, ich hab den falschen Knopf gedreht! Ich hab mich verdrückt, ich dämlicher Kackpfosten. Und ja, ich bin ein Kackpfosten, weil ich Kackpfosten sag. Meins, meins. Ob du Schnatterblase. Oh, hässliche, eklige stinkende Grüne, hässliche stinkende Grüne! Wenn man es doch mal sagt, ist es umso schlimmer, ma, ma, ma! Komm, bruder, hab dich! H dificil! Schau, stopp,lateil, komm, komm! JREAHHH! NEIIIIIN!!! ist der einzige ausgang oder gibt es ja auch ein secret ich werde hier wer der stern gewesen und secret star exit oder so gut wo hätte dafür platz sein soll nach oben geht nicht noch und genau nicht okay ja jetzt doch